Er ist dabei zu gewinnen, oh mein Gott. Was? Oh oh. Was? Aua. Sicherlich, sicherlich, sicherlich. Ich glaube eher weniger. Oh. Ich guck da nur hinten so verdutzt. Geil. Oh oh. Na Cengiz, das kannst nur du gewesen sein. Yay! Der Opa freut sich. Deine Kumpels hier, friss. Ich guck da verdutzt und halte mich schön raus. Na Jessica, was hast du vor? Feuerball? Und er freut sich auch noch tierisch. So, wer bist du? Du bist nicht wie Simpleton für mich. Was guckst du denn so? Hm? Ja, gewährt tiefen Einblick hier. Wuuuut. I hope you weren't hurt when I was to go. You're out of luck. Um. By way of thanks for helping me. The name's Angela. I live at Muscle. Ah, er wohnt in der Abtei, okay. Okay, ich zeig den Ring. Sollen wir den anziehen oder nur vorzeigen oder? Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns gleich wieder auf den Weg zurück. Jetzt gehen wir mal gucken. Jetzt müsste... Ähm, wird da wohl eben mental lungern. Genau. Transfer. Ja, ausrüsten. Ah, dann geht die Armschiene weg, okay. Können wir diese eine Armschiene, die wir noch haben, hier benutzen? Ah, Transfer, schauen wir mal. Oh, Jengis kann auch einen nehmen, okay. Sicherlich, immer gut. Ich ziehe auch mittlerweile 61 Punkte, das ist schon mal gut. So, da können wir speichern und uns ausruhen. Das serviert. Ach, Kür. Wünschenskinder. Jetzt wird mal wieder müde. So. Dann würde ich sagen, wir laufen zurück. Machen wir mal den Turbon noch an. Tollen Turbon direkt an und direkt gibt es hier Ärger. Äh, meine Freunde, ihr seid beide alleine. Das heißt, wir werden uns erst mal um die Beine kümmern hier. Und dann... Und meins. Zack, der ist schon mal down. Er schläft noch schön. So, dann kriegt er jetzt die volle Power von uns noch. Gut, dann brauchen wir, wie gesagt, da oben noch so knapp 3000 Gold. Dann können wir uns da noch ausrüsten, ganz fix. Und dann sollte er als nächstes wieder Rüstung dran glauben. Das heißt, wir werden auch wieder ein bisschen Geld schöffeln müssen. Aber da wird sie bestimmt irgendwas finden. Klingelingeling, erst auf die Dorf. Ja, die sind heute gemeinsam. Das heißt, wir machen jetzt mal T-Palat. Solange er keinen Wambo-Drachen ruft. Okay, nochmal eins. Okay, die sind schon mal weg. Das ist super. Das heißt, wir machen hier schön weiter. Und direkt aufs Auge, würde ich sagen. Klatsch. Das ging ins Auge. Haha, Wortspiel-Witz gerissen hier. So. Gibt manchmal schon schlechte Sprüche. So, direkt zur Abtei zurück. Wo? Oh, was ist fertig? Der Bronze-Schild müsste fertig sein. Ja. Bronze-Schild. Ja. Jetzt haben wir ein neues Schild. Dann gucken wir mal, wen wir den am besten ausrüsten. Ja, normalerweise am besten hier hin. Ich weiß nicht, ich mach Transfer. So, und rüste den gleichzeitig mit aus. Ja. Ist nur die Frage, hat Jessica auch ein Schild? Die hat schon den. Super. Okay, 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 okay. Dann geht's schnell zurück. Da zu den Templar-Heinis. Puh, pah, pah. Ja. Platz machen, danke. Äh, ich nehme mir eine Movie, ich gehe davon nach oben. Hallo. Man konnte den auch irgendwie... Ah. Äh. Botox- Ah! Botox- Ist der gruselig geworden. Ähä. Jetzt wollen wir in die Folterkammer rechts raun. Was ist denn hier hinten noch? Hallo? Guck, guck. Ich will aber... Hallo? Ich will da durch! Okay, wir müssen wieder runtergehen. Oder können wir nicht geradeaus? Jetzt hier. Oder rechts neben der Tür. Folterkammer. Ich will aber... Guten Tag. Der Turbo wird aus. Äh, auch sind wir nicht, war nicht er das, sondern wir. Naja. Auch eine eiserne Jungfrau dahinter. Ja. Ja. Wie viel mehr Schäme, die du möchtest, um... Ja. Ja. Eine schuldige Kürze. Wenn du nicht geboren bist, haben wir alle viel Müslung gebrochen. Naja, wenn er meint. Bla 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 bla. Bustertwippen, okay. Hey, ich will mit dir reden, hallo. Toll. Von innen abgeschlossen, wenn juckt's. Ich kann auch noch ein bisschen klauen hier, ne, scheint nicht so zu sein. Hier ist ja noch ein Pfarrer. Der Typ mal den Gefangenen noch ein bisschen begleitet. Hm. Ich will da jetzt hin. Shit. Sagen wir mal Fragen hier. Okay, die haben keine Ankunft für aus. Ah, jetzt ist er wieder da. Okay, das ist gut. Aber du kannst es nicht so fühlen? Du kannst... Ich habe gehört, dass der Jester in den Abbot kam. Der Jester? Ich weiß nicht, was er planen zu machen, aber du musst dir helfen. Ich brauche dich zu... Ich weiß nicht, dass er nicht so ist. Hm, ich weiß nicht. Danke. Ich bin in deinem Gefangenen. Vielleicht haben sie schon gesehen, aber es gibt ein paar Obstinaten, die die Brücke zu den Abbot. Du kannst nicht so gehen. Aber wenn du bereitst, um die lange Zeit herumschrauben... Du musst den Abbot wegwerfen, als wenn du in Simpleton gehen würdest. Aber du kannst, 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 du kannst. Okay, raus und der Schlüssel ist ein, sozusagen, beziehungsweise der Ring ist ein Schlüssel für uns. Und wir sollen jetzt dem Abt helfen. Er wird uns nicht helfen, weil er nicht raus kann. Gut, dann würde ich sagen, wir geben mal ein bisschen Gas und laufen. Nein, nicht da durch. Ja doch, ich muss da durch. Ja doch, ich muss da durch.